so auf geht's ich kann ja dem wollte ich mir auch gerade krallen aber du warst schneller auf jeden fall ich muss ja hier meine waffe ja auch gut level genau stimmt ja wenn ich mit der ein bisschen rum baller hier die habe ich auch noch nicht so richtig aufgelevelt so einen habe ich schon plattgemacht der hat mich auch erwischt ja mich hat er auch kurz angeknabbert ein bisschen heilen hier so und jetzt nachladen also wie hier vorne könnte man gleich oder da also einmal da und einmal da ja such dir mal was schönes aus auch immer hier lang so ein bisschen weiter weg glaube ich sogar aber egal daten nehmen war das ist schön hier was gibt dann bestimmt mehr zombies auf dem weg das ist nun genau erfahrungspunkte sammeln da packen sie echt den schwachesten zombie hin irgendwie oh was war das ich habe geschossen okay ich habe versucht den zombie da hinten zu treffen aber das wird nichts ach und irgendwas hat sich noch geändert in dem game jetzt mit dem neuen update wenn man gegner hat mit 50 meter entfernung oder so da ist das wohl so dass die irgendwie was waren da rechts ach so ein zombie da ist das wohl so dass oben links irgendwie man die gegner sieht also wenn man zielt irgendwie ich muss mir das mal in ruhe durchlesen das war irgendwie irgendwie soll das wohl angezeigt werden das ist dann rot leuchtet die ganze zeit oder man die gegner oben sieht die blitze sind irgendwie wohl ein bisschen anders ja bei den bossen ist das jetzt es gibt keine zwei zonen mehr sondern nur noch eine ok da ist die schwarm mutti ach so also du hast jetzt generell immer nur noch eine war sie entweder die spinne oder den den meuchler oder nee nee früher hast zwei signale gehabt du reingerannt bist hast du erst mal so ein weißes signal oben links gehabt und später an rotes also gab es zwei zonen und jetzt gibt es nur noch eine zone nach 50 metern ok dann kriegst du bescheid ob da jemand drin ist oder nicht okay das macht es ja noch spannender weil dann wahrscheinlich schon auf den gegner getroffen ist jo check the flow das war schon ziemlich nah ja oben ist noch eine mutti aber egal ich kann es weiter gehen ich gucke mal ob ich sie erwische ja ist tot also gut so hier ist der hinweis und hinten ist glaube ich schon der nächste ja da irgendwo waren auch die gegner glaube ich ich habe ja noch zwei schuss so leuchtet aber weiß auf also war jetzt nicht rot oder so gut oh da ist munition ah sehr gut ist alle ne ist alle aber hier ist kann man sich nochmal verbinden oh das war gut oh das ist schon ziemlich nah aber ich sehe keinen auch nicht ich sehe nur zwei zombies irgendwie oh ich wurde beschossen ich wurde beschossen hier oben das ist die frage von wo ja ich oh ich werde weiterhin scheiße ich weiß von wo von da also so ungefähr könnte auf dem dach sein oder so alter ich wurde erschossen weißt du von wo äh irgendwie von dem heuwagen und zwar da wo ich äh brenne da hinten ist ein heuwagen siehst du ja da oh scheiße schade ja das ist ja ja